mit auftrags arbeiten oder was machst du ja was was denkst du was würdest du dafür verlangen wollen das ist immer halt anders also was hat derjenige mir bieten will das nehme ich dann an oder halt nicht oder mal hier drüben wollen es vielleicht so machen mike wir können so ein wollen wir vielleicht so 50 50 ding machen 50 50 dass du 50 prozent der einnahmen bekommst oder was ja warum nicht ja klar gerne ich gebe gerne sachen weg ok top und was bekomme ich dafür ja perfekt nein machen wir alles klar ist soll mein mic hat gerade ein bisschen geleckt aber ja ich kann dir helfen aufträge ranzubekommen oh ja das ist gut also ich bin sozusagen also ich lasse nicht nur für mich arbeiten und du musst mir dann noch geld geben